Ja, Leute, was geht's? Herzlich willkommen zu einem neuen Live-Kommentary-Dings hier. Black Ops 2. Und wir spielen jetzt anscheinend Hash of Raid. Das ist ein Glück. Wie ihr es an meinem Aim seht, ist das tatsächlich die erste Runde, die ich heute spiele. Und ist schon ganz schön bad. Das passiert eigentlich nie, dass wenn ich was aufnehmen will, und dann auch noch die erste Runde, dass dann Raid kommt. Also das ist echt ein kleines Miracle, würde ich sagen. Die eine war uns hinten drin. Ja, aber er chillt so in dieser Laufpose ohne zu laufen. Okay, ups. Yeah, yeah. Fakt, jetzt haben sie B. Finde ich nicht gut. Ist einer hinter? Nein. Yeah. Wo schießen die? Nein, ich bin so ein Blindfisch. Alter, ohne Witz. Naja, es kommt davon, wenn man gerade... Oh mein Gott, jetzt habe ich mir kurz gekratzt und dann kommt der Vogel da. Okay. Kriegen wir das? Ja. Kommt schon, Jungs. Da hat er gleich noch eine Drohne hier. Jungs. Jetzt geht die Rampage erst richtig los. Da hat er nämlich gleich schon die Konterdrohne, Jungs. Verdammt. Ach komm. Kann es eigentlich sein, dass hier ziemlich viele Leute mit Shotguns spielen? Nein, kann nicht sein. Kann das... Nein, das kann es nicht sein. Oh, ich habe schon zehn Kills. Habe ich schon zehn Kills? Wow. Uh, macht er einen Triple-Feed. Montage, Montage. Hallo. Wer editiert die? Kann die bitte einer editieren jetzt gerade? Jetzt? Gerade? Uh, zu gut ist er. Äh, dann haben wir den mal raus. Ups. Ups. Okay, ich hoffe, da killt irgendwas. Okay, haben wir den auch. Wow. Okay, wir haben den Blackbird. Wir sind auf dem Weg zu einer... Was soll das? Wann füte jeder mit... Droh... Äh, mit Dings? Mit Shotgun? Der Feind hat B eingenommen. Kommt schon. Ich hätte nämlich eben ganz vergessen. Ich hätte mir auf, eben habe ich ja gesagt, oh, gleich habe ich eine Konterdrohne. Dabei spiele ich da gar nicht mit. Ist das auch noch einem aufgefallen? Okay, Jungs. Äh, wo habe ich denn den hin? Ah, der war so bad. Besetzt. Er hat zumindest... Oh, ja, war in Ordnung. Ich habe nur einen Blackbird. Leichter spielen wir ja in Nuklear. Ha, Witz, komm raus. Wohl kaum. Die Position, die ich gerade einnehme, finde ich nicht so gemütlich. Beziehungsweise die, in der ich mich da befand, fand ich nicht so gemütlich. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, fuck, 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 fuck. Ich brauche das Plünderer-Päckchen hier, dankeschön. Ich hätte es nicht 30 Sekunden vor Schluss dem Blackbird raushauen müssen. Okay, okay, okay. Das könnte jetzt echt crucial werden. Ich kann den bekommen, wenn ich mich schlau anstelle. Yes. Alter. Boah, ich bin zu gut für dieses Spiel. Ich bin zu gut, Jungs. 4 zu 4, eigentlich könnte ich so hoch landen, das war's. Jungs. Das hält ja keiner aus hier. Mann, ey, jetzt bin ich eine Sauen, Jungs. Habe ich noch einen Blackbird gehabt? Ich weiß gar nicht. Ich hoffe, ich habe noch einen. Sonst verstecke ich mir einfach, löse noch den Blitzschlag aus und die Drohne und warte auf die ganzen Dingerste. Nein, ich habe ihn noch nicht, aber ich habe ja noch den Blitzschlag, die Drohne und den Flaggab jetzt hier gleich. Okay, Drohne. Verbündete Vorräte unterwegs. Verbündete Drohne nähert sich. Orbital-Satelliten-Bereitschaft. Okay, habe ich noch einen Blackbird? Ich weiß, ich sage mal Blackbird und es ist eigentlich ja keiner. Doch für mich ist es einer, weil ich voll der Black Ops 1 Spieler bin. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Wart mal, da ist ein Blackbird oben, aber das soll... Ist das meiner? Nein, das ist doch nicht meiner, oder? Okay. Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Äh, hallo? Verbündete Konter-Drohne nähert sich. Was? Ist er down? Nein. Hilfe. Verbündete Orbital-Satelliten-Online. Juh, Baby. Nein, ernsthaft? Warum spielen die alle mit Shotguns? Das wären meine Dings gewesen, mein nächster Bleachschlag. Oh, der war aber ganz schön shaky. Wir verlieren Weg. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Ich kann warten. Sie haben Bravo verloren. Oder auch nicht, bin ich so gut im Warten. Drohne steht bereit. Bin ich wirklich nicht. Ich kann das nicht ab, so. Bravo wird gesichert. Okay, Jungs. Wir sind auf dem Weg zum 100+. Feindlicher Binser. Nein, Alter, schon wieder vorm Dings, Mann. B wird gesichert. Nervig, Alter. Näh, äh. Hat er gehört, was er gesagt hat? Näh, äh. Das hat er gesagt. Näh, äh. Aber die UAVs, ey, die bekomme ich aber hier wie ein verrückter Junge. Ein bisschen Campen darf auch mal sein, würde ich sagen. Oh, hier kommen wir ja schön. Schön bekommen wir hier die Assists. Ich will doch nur einen Blitzschlag. Nein, Mann. Okay, ich bin jetzt dreimal in Folge von einem Blitzschlag gestorben. Das sollte einen jetzt nicht so sehr aufregen, weil im Endeffekt ist es ja nur ein Blitzschlag. Aber trotzdem, Mann, ich wurde dreimal von einem Blitzschlag gekillt. Ein Blitzschlag bringt mich sehr nah zu einem, zu einem Blackbird, ne? Oh, ich hab ihn so outsmarted. Ich bin jetzt nicht. In Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Fuck. Mann, mit dem ganzen Blitzschlag hätte ich schon 70 Kills. Wenn die nicht komplett reingeschissen hätten. Finish. Finish. Ups. Was ist um die Ecke? Warum spielen die alle mit Shotguns? Die erste Hälfte war so gut. Die erste Hälfte unterwegs. Hallo, verdammt nochmal Oh, heiliger Gebt mir die, die kann ich gebrauchen irgendwann Was? Ach komm schon, ich mach ihn weak Okay, komm ich will Ich will diesen einen Blitzschlag jetzt einfach noch bekommen Einfach so aus Prinzip, nicht weil es jetzt irgendwas besonderes ist Sondern weil ich den die ganze Zeit nicht bekomme, Mann Da ist er, ja Kommt schon, Jungs, da habt ihr es Hat er hier 66 Kills, ein bisschen mehr will er noch haben Gebt mir das, jetzt geht's los, Jungs Ja, wer hat hier den schnellsten Finger Nein Einen Kill hätte ich noch gebraucht Verdammt, 69, 10 geht in Ordnung 21 Verteidigung, Jungs Das ist das, wofür ich spiele Für den Win, das ist das, wofür ich spiele Ja, was los Darum geht's mir in dem Spiel Okay, aber ich denke, das Gameplay war eigentlich so ganz cool Ich meine, es geht voll in Ordnung Wie viele Punkte habe ich? 9.125 Das ist auch auf jeden Fall ziemlich in Ordnung, würde ich sagen Ja, ich hoffe, ihr habt euch gefallen Seid beim nächsten Mal wieder dabei Bis dann, ciao